Sagen Sie was, Herr Fatzky, wo ist denn, wo ist, wo ist denn da jetzt dieser, dieser Dings? Sie wissen schon, dieser, dieser kleine... Wieso denn der? Wo haben Sie denn den her? Ich dachte, den hätte ich schon 1940 gründlichst entfernt, sogar mit einem Sichelschnitt. Nein, ich bitte Sie, schauen Sie doch mal in Ihren Kalender, so laufe ich ja seit 1919 nicht mehr rum. Damit sieht man ja heutzutage aus wie dieser Saukerr, dieser Hielmatz aus der Reinigung, aus der Blitzreinigung. Also das, also nein, wissen Sie, was die Chinesen gegen die Gefahr aus dem Osten unternommen haben? Die haben eine Mauer gebaut und sowas nennt sich Kultur. Ich sage Ihnen, eine Mauer in Deutschland, nicht so lange ich lebe. Und das musste ja kommen. Wissen Sie, was das Problem mit diesem Marx ist? Er vertraut nicht der Stärke, sondern der Masse, wie Stalin. Weg, 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 weg. Ich sage Ihnen doch, kriegsentscheidend ist nicht, wie groß ein Bart ist, sondern wie fanatisch man ihn schneidet. Na endlich, wurde ja auch Zeit. Untertitelung von Sharp